Musik 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 Moin Leute, ich bin der Grüne und heute spiele ich mal wieder Minecraft United mit drei lustigen Leuten und zwar dem Shobits Ray, dem Xenetic und den anderen finde ich gerade nicht. Wo ist er denn? Ich geh mal raus. Oh, da ist er! Der Alex! Hi, was geht? Na moin. Das ist der Neue in unserer Stadt, weil ein altes Stadtmitglied leider uns verlassen hat. Was heißt leider? Ich bin der Neue. Ich bin höflich. Und hier ist die alländliche Schneegolem Farm bei mir. Bau halt ein kleines Häuschen um den rum, dann ist der auch safe. Wieso? Wie viel Schnee habt ihr hier gesammelt, ey? Also das habe ich gemacht. Dann musst du dich hinstellen mit einer Schaufel. Aber nicht schlagen. Jedes Mal wenn ein Skelett kommt, dann wird der abgeballert. Der schmeißt das Schneeball auf die Skelette. Ja, wie soll ich denn den sonst zu machen? Ja, einfach hier ein kleines Häuschen. So im 2-Block-Radius einfach so ein kleines Scheißhaus. Dann mach mal. Mach doch selber. Das ist ja deine Projekte, nicht meine. Ja gut, dann habe ich gesagt. Ja, hast du gesagt. Das ist dein Projekt, also. Gut, dann brauche ich jetzt Holz. Ja, wie du. Für mein schönes Haus. Oder zukünftiges Haus. So, für Eichenholz würde ich nicht nehmen. Also, keiner will von euch den Berg haben? Dann nehme ich den jetzt. Welcher Berg? Der Berg gehört dem Schweizer. Ah, ich schenke ihm den Berg. Oh, wunderbar. Ich hab's nicht so mit Bergen. Wir kommen Schweizer Berggeschenken. Wow. Ja. So muss das. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich schon mal baue. Ich setze da einfach mal einen Block hin. Großzügig. Ich setze mal einen Block. Wo soll ich einen Block hin? Da willst du... Warte mal. Da willst du bauen? Ja, hier oben auf dem Plateau. Ja. Also hier. Ich baue das hier noch ein bisschen größer. Ich baue noch... Scheiße, ich fall runter. Ich baue mein Haus auf dem Starthaus. Okay. Dein Ernst? Das ist die Idee. Das Riesending da. Nicht auf dem. Guck mal, wer baut denn da drüben auf dem Plateau? Ich... Ich muss unbedingt wieder Optifine reinmachen. Ich seh... Ich hab Optifine... Ja, musst du ein Crafting Terminal machen. Nein, Gerne, das ist mein Plateau. Ich sag nochmal kurz, wie das heißt. Schreib mir das jetzt mal auf. Wie heißt das dann nochmal? Crafting? Crafting Terminal. Da hab ich den Link geschickt. Leute, für euch tu ich den Link auch in die Beschreibung. Verwärmung und so. Braucht eigentlich kein Schwein. Alex, du bist jetzt da oder wie? Dann baue ich hier. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher. Ich... Ich weiß nicht, ob ich auf dem Berg da oben oder hier unten baue. Obwohl ihr das zu nah bei mir braucht. Ey, Grüni! Was? Ja, ist ja gut. Ich hab's grad bemerkt. Dann weiß ich aber nicht, wo ich bauen soll. Weil ich den Berg so halb noch mit reinbauen werde. Was? Der Berg wird noch halb mit rein, also... Die Wohnung geht weiter in den Berg. Warte mal, ich muss nochmal ganz runter gehen, um mir das anzugucken von unten. Dann überlege ich gerade, wo ich meins hinbaue, mein Haus. Also, es wäre so geil, wenn ich eine Spitzhacke mit Silk Touch kriegen würde. Oh, soll ich mich da hinten einbunden, obwohl das ein bisschen zu weit von euch entfernt? Ich will da rein in den Berg. Ich will eigentlich in die Nähe von Chubitz. Dann bau halt hier drüben. Guck mal, wo ich bin. Sehst du mich? Geh mal nach oben. Warte, warte, warte. Du hast Optifine drin. Ja, hab ich ja. Wo bist du? Ich seh sogar... Achso, da. Ich seh sogar den Zementik da, am Haus, wie der reingeht. Da! Hier, ich seh dich, seh dich. Stopp! Ja, ich hab dich auch schon gesehen, hallo. Irgendwo hier oder da hinten. Ja, ich kann da hinten bauen, bei dem Berg da hinten. Ich hab doch eisengeschämt bekommen. Ich baue da, bei dem Berg da hinten. Okay. Wir können ja uns verbinden mit der deutschen Tunnel. Oh ja, oder mit der Hängebrücke. Oder sowas. Ja, stimmt, das könnte ich theoretisch auch... Aber ich weiß nicht, Aki Luli, wenn du das mal siehst, dein Haus sieht ein bisschen komisch aus. Du meinst Mark, oder wie? Ja. Mark ist gar nicht hier drin. Ein riesiger... Mark ist ja letztens durch die Treppen gestorben. Ja. Ja, so ein schöner Tuch. Könnt ihr... Ja, Mark, der Zuschauer, könnt ihr euch mal angucken. Die Links unten alle in der Beschreibung, ne? Ist bei den anderen auch so. Mhm. Schönster Tod ever. Ja. Boy. Oh, was sind das für... Löwenzahn. Oh, wie süß. Oh. So. Ja, hier mach ich hier nen dicken Pool hin. So. Und jetzt... Hui. Da hab ich freien Blick auf Kobbits. Wir missbrauchen dann grad seine Tastatur. Ja, daher wird schon wieder einer auf die Tastatur. Ich hab einfach nur in der Tastatur geklickt. Ultimate Black Widow, you know? You know? Bitch. Ich mach ja ne riesiges T für Theo. Ich hab mir jetzt ne Koffelsinn ausgehend. Ich hab mir jetzt ne Koffelsinn ausgehend. Ich hab mir jetzt so ein riesiges Theo hingemacht. So. 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 Also in der nächsten Folge wird's bautechnisch sehr, sehr schön da. Ja, ja. Oh ja. Wo ist grad das so ein Schmürgolem zusammenzubauen? Terrorforming XXXXL, ja, ja, ja. Wie bitte? Terror. Nicht Terror. 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 Terrorforming, yeah. Terrorforming, yeah. Terrorforming, yeah. Explodiert eins nach anderem, denn benützig Creeper dazu. Das ist echt voll geil, die Idee, ne? Bist du die ganze Reihe an, Junge? Scheiße. Dann schleppen die dir nicht. Schauwitz, du musst aufpassen beim Bauern. Da ist ne Schlucht. Ich weiß. Och nee, ich bin grad in der Aufnahme jetzt. Och nee. Lassen los. Ach boh, nein, das wäre ein bisschen zu unpassen. Der muss schon wieder blähen. Nein. Guck mal, ich hab mal Erfolg erzielt. Geil. Das ist nicht. Benchmarking. Schauwitz. Musst du kacken. Ja. Das ist jetzt unmützig. Ja, ich war noch vor der Aufnahme, meine Freunde. So macht man das. Ich hab hier nur Brot gegessen und Kuchen. Das kann ja nicht davon sein. Ups. So. Aber ich bin froh, dass ich bisher nicht gestorben bin. Ach nee, weil das freu ich nicht. Ach du baust jetzt schon deinen Grundstein, okay. Jaja. 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 Das mach ich wahrscheinlich in der nächste Folge. Oh fuck. So. Jaja. Jaja. Diese Schlucht hast du gemeint. Naja. Ja. Ach stimmt, das brauch ich ja noch. Warte mal, ich mach das noch einen tiefer. Was würdest du einen tiefer machen? Mein Häuschen. Dein Häuschen. Dein Häuschen. Mein Häuschen. Ich hab grad auch Häuschen verstanden. Mein Häuschen. Äh, ich werd jetzt mal den mittleren Ofen benutzen. Nur damit ihr wisst. Mach das. So. Wer hat nochmal Teppich hier auf die Tour und auf die Workbench gemacht? Schwarze. Ist auch ne wunderschöne Verzierungen. Ja, alles ist irgendwie schwarz bei uns im Clubhaus. Oh scheiße. Wer gehört denn dieses Grundstück hier mit diesem Holz? Hat wir irgendwo noch Glas? Ist irgendwo noch Glas übrig? Ja, schau mal in die Truhe. Da ist ein 30 Grad oder so. Krass. Äh. Lol. Ich find's grad nicht. Und ich bin blind. Ein bisschen was mit beiden. Oh mein Gott, der sieht nix. In der Holzkiste? Nee. In der Kiste auch nicht. Lol. LOL. Warte. Ich hab 15 Glas im Momentar. Naja, ich brauch jetzt wirklich kein Glas für den Golem. Ich dachte nur, dass er schön aus. Scheiße, muss ich jetzt? Das ist echt noch tiefer. Wobei, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab keine Schaufel. Ähm. Eigentlich sollte ich ja das gleich aus Clean Stone hier oben machen. Kannste wirklich machen. Ich hab ja zwei Stakes, aber ich mach da nur die äußere Fassade aus Clean Stone. Okay. Ein bisschen Baupfusch muss sauber sein. Ja, ja, ja. Ja. Scheiße. Das wird's kacke. Äh. Und jetzt wird's auch noch Nacht, ey. Boah, ich muss eigentlich nur mal so ein Steinchenhäuschen bauen, damit... Niemals. Du wirst schon in den 6 Minuten nicht schwanger. Du wirst schon in den 6 Minuten nicht schwanger. Das ist ganz schlecht. Das ist jetzt sehr ungewiss, wir sind nicht im Aufnahmechannel, ne? Oh fuck. Guten Tag. Guten Tag, Unbekannter. Guten Tag, Admin. Kannst uns mal in den Aufnahmechannel rufen, danke. Ich will euch ja gar nicht stören, aber wenn ihr schon so laut sagt Guten Tag, Admin, seid ihr also nicht selber schuld, ne? Ja, ist doch egal. Das hat jeder gehört, das... Was passiert, ist passiert. Guten Tag, Admin. Sag Hallo zu YouTube. Hallo, YouTube. Ich bin gar kein Admin, das erzählen die bloß. Naja. Ich schiebe euch dann mal gerne alle hoch. Äh, also soll ich dann draußen bleiben? Ja. Bitte. Es wird nicht ausspioniert. Äh. Wir haben hier Pläne. So, sehe ich mal. Oh, danke. Oha. Ja. Alles super organisiert hier, ne? Wir haben an alles gedacht. Außer... Das ist eben live im Moment. Ja, ja. Ungeschnitten. Dürfen wir eigentlich auch Livestreams machen? Na, wenn die nur 50 Minuten sind? Hehehe. Hohohoho. So witzig, ja? Habe ich voll einen rausgehauen. Rausgehauen. Hahaha. Da, das habe ich jemanden Klaue umvergesteckt. Nicht nur einen. Kohle, brauche Kohle. Ich brauche Kohle. Ich brauche Kohle. Ich habe eine ganze Psychiatrie gefressen. Hehehe. 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 Das ist doch klar zu mir sein, ne? Oh. Oh, ne. Oh, ne. Ich habe falsch gebaut. Fuck. Loob. Obwohl. Ne, passt. Von wegen, noob. Ich nicht. Never. Du kennst mich nicht. Du nicht. Doch, doch. Scheiße. Shit, jetzt brauche ich die Slabs. Was denn für welche? Holzslabs. Eichenholzslabs. Damit kann ich die wieder da, ja. Du hast doch Eiche, ähm, Scheiße. Ich wollte schon was Falsches sagen. Ich will mich nicht umdrehen. Was an Eichen? Eichelholz wollte ich sagen. Eichelholz. Oh, man. Oh, da ist ein Zombie, guck mal. Soll ich den hier reinlassen? Nein. Hey. Kommen wir gleich zwei Öfen. Nein, Creeper. Oh, oh. Das klingt witzig. Das hat sich gar nicht, gar nicht gut angehört. Die Schafe, die Schafe kommt zu uns rein. Oh, ich komm mal runter. Nein, was tust du? Ich komm mal runter. Ich war das nicht. Ich habe keinen Creeper hier reingelockt. Die Tür war aber offen. Ich war's nicht. Jetzt muss die Schafe in das andere Gehirn reinboxen. Ich baue hier mal wieder zu. Schnell, alles zu. Guck mir das Dilemma mal an. Nein, lieber nicht. Oh, guck mal. Oh, guck mal hier. Das schwarze ist raus. Ey, das Schaf kommt hier raus. Bitte baue da zu schnell. Ja, mein Holz, äh, mein Schülchen weggebombt. Der Creeper. Noch ne Tür, scheiße, noch ne Tür. Schnell. Kommt, kommt. So. Au. Entschuldigung. Kein Ding. Nein, jetzt hab ich noch eins rausgeholt. Nein. Ich würd's da nur rein. 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 Was macht das Schaf noch? Ruhig. Ich hab' kein Doofel gekriegt. Okay, ich hab' das Schaf. Ich hab' das Schaf. Ich hab' das Schaf. Ich hab' das Schaf. Oh ja, Schaf. Hm. Kannst du jetzt mal da reingebitte? Hä? Geh rein. Geh von meinem Bett weg, Schaf. Hey. Woah. Das will nicht rein. Haben wir nicht irgendwo... Wir haben doch hier irgendwo Weizen. Na? So, dann mach' ich das mal mit Schobitzrave. Das liegt ja hier. Nein, ich will nicht in Schobitzrave. Ach, stimmt. Ich muss Schiff drücken. Äh. Äh. Komm' sie rein, komm' sie rein. Können sie rausgucken. Jetzt komm' rein, Mann. Scheiß Schaf. Du sollst reinkommen. So, die sind jetzt. So, die sind jetzt. So, hier kommen. Komm' mit. Komm' mit. Los. Follow me. 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 Jetzt komm' hierher. Das Bild ist wie die wollen nicht folgen. So. Jetzt. Wo geht das hier rein? Sammel viel Zeit haben wir noch. Was wie viel. Alter. Wie viel Zeit wir haben noch eine Minute und 30 Sekunden. Pum, 30 Sekunden. Hier ist noch eine Tür. Hier ist noch eine Tür. Die wollen wir einfach nicht folgen. Jetzt ist das andere Schaf auch noch rausgegangen. Ich krieg hier eine Kette jetzt. Ach, fick dich. Komm' rein. Komm' rein. So, zack, zack. Hier. Macht jetzt mal ein Kind. Und das andere töt' ich jetzt. Das hat's nicht anders verdient. Was? Ich hab' das Kinder? Nee. Schwarze Schafe. Alter. So bist du nicht. Creeper hinter dir. Nee, ihr lockt noch einen Creeper hier rein. Wir müssen das ganze Haus verbessern. Wehe. Ihr lockt hier noch einen Creeper rein. Ich hab' nur den Zombie reingelassen. Du war'n Mini-Zombie. Mini-Zombie-Schobitz. Ja, ja. Und sein Kumpel kam nach. Au. Ich will den Bogen haben. Na, der hat den Bogen nicht gedroppt. Na, hat er nicht. Also, ja. Läuft bei euch. Hast du keinen Bogen? Nee, noch nicht. Ja, warte mal. Ich hab' grad' noch einen bekommen. Komm' mal her. Du bist nur. Da kommt Zombie. Okay, der ist minimal kaputt. Bestimmt so voll abgelutscht. 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 Das ist ein Zombie, wohl zu sagen. Wo? So, jetzt ist der Schneegolem für sich alleine. Pass doch. Oh, ich muss meinen Pfeil wiederholen. Sieht doch sehr schön aus, ne? Einladend. Posiert mal da vorne, dann mach' ich den letzten 10 Sekunden noch einen Screenshot. Posiert mal vorne. Schnell, 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 schnell. Unser bester Kumpel. Schnell, posieren, posieren. Oh yeah. So, und das war's mit dieser Folge. Ich seh grad die 15 Minuten sind vorbei, danke. Ich hab' längst Screenshot gemacht. Aua. Wow. Und das war's mit dieser Folge. Ich hoffe ihr hattet viel Spaß und bis zur nächsten. Tschüss. Volker. Tschüss. 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 Schnell, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.